Aber ich glaube, wir müssen da mal hochfahren. Komm, wir fahren da mal hoch. Nein! Bist du verrückt? Nein! Nein, hör auf! Mann! Nein, Mann! Warum? Nein! So, Joschka! Dennis, da sind wir! Ab ins Moor! Genau! Wollen wir da sofort hin? Einmal durch die Stadt fahren. Einmal durch die Stadt fahren. Wo sitzt man eigentlich drin? Genau! Mercedes G500. BAM! Also die nagelneue G-Klasse. Ja! Mit dem neuen 4-Liter-V8-Bito-Motor. Brich 422 PS. Schnelles Auto. Wir haben jetzt ein geiles Fahrwerk. Wir haben eine geile Lenkung. Wir haben ein neues Lenkrad. Wir haben ein neues Lenkrad. Wir haben ein neues Display. Wir haben ein neues Display. Deine Schuhe sind neu. Die sind heute nicht neu. Es ist alles neu. Es ist alles neu. Naja, also Spaß beiseite. Also was genau werden wir noch in den nächsten drei Stunden erfahren? Die Züge des Gehmodells sind geblieben von außen. Kann man optisch auf jeden Fall erkennen, dass es immer noch das Ur-Gehmodell ist. Und von innen ganz wichtig. Der ist noch da. Den brauchen wir gleich vielleicht. Den brauchen wir gleich vielleicht. Und ansonsten ist hier wirklich alles rundum erneuert. Ja. So, ganz kurz mal eben. Design vorne, Display. Ja. Ist natürlich so richtig... Luxus pur. Ja. Ja. Also auch hier natürlich umschaltbar. Also Design wechselbar. Genau. Wir können die Tachostile ändern. Wir können uns den Display ändern. Wir können uns ein Zusatzdisplay hinlegen, sodass wir meinetwegen das Radio und die Navigationskarte offen haben. Ja. Oder halt die Navigationskarte in den Tacho legen. Da haben wir sie schon. Und ich kann auch alles quasi über das neue Lenkrad steuern. Genau. Links ist quasi der linke Bereich. Linke Display und rechts ist das Display ja nicht richtig. Screen Display. Das Ganze nennt sich ja Widescreen Cockpit. Ja. Aber es führt ja aus zwei 12,3 Zoll Displays. Dementsprechend ist das schon vollkommen richtig. Und du hast schon richtig gesagt, mit der linken Seite können wir das komplette Tacho bedienen. Mit der rechten Seite das komplette Komal. Sprich wir brauchen unser Handy nicht mehr vom Lenkrad nehmen. Was natürlich auch einen sehr großen Vorteil bringt. Wie groß ist eigentlich so eine G-Klasse? Also die G-Klasse ist schon relativ groß. Aber wir können das nochmal vergleichen an des alten Fahrzeuges. Sprich wir haben, das Fahrzeug ist im Ganzen zur alten G-Klasse 13 cm breiter geworden. Ja. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja mal den alten G gefahren. Da saß man schon sehr dicht beieinander. Stimmt, du bist so weit weg. Genau. Jetzt sind wir auf einmal ziemlich weit weg. Stimmt auch gut. Und das ist natürlich der Punkt beim G-Modell, was sich jetzt sehr verändert hat. Okay. Wir haben eine viel breitere Spur gekriegt. Das Fahrzeug ist minimal länger geworden. Und was ganz wichtig ist, wir haben jetzt vorne eine Einzelradaufhängung. Das heißt, es bringt uns noch mehr Komfort und natürlich noch bessere Fahreigenschaften. Zudem haben wir noch das Bo-Mister-Surround-System. Ja. Wollen wir eben nebenbei erwähnen. Das ist ja Sound pur. Wenn du da mal drauf achtest, schau dir mal die Boxen auf dem Armatowell an. Wie die geformt sind. Und dann darunter die kleine runde Lüftungsdüse. Ja, das ist natürlich alles aufeinander abgestimmt. Und woran erinnert dich das? Das wirst du mir gleich sagen an meine Boxen zu Hause. Wenn ich es dir sage, dann fällt es dir sofort auf. Wenn du den G von vorne betrachtest, dann hast du zwei runde Scheinwerfer, wie es für den G typisch ist, und die aufgesetzten viereckigen Brinkler. Ah, alles klar. Und die spiegeln sich hier im Armatur 100 Liter. Ich habe gut aufgepasst. Genau, was auch wichtig im Gelände ist, wir haben jetzt eine 360-Grad-Kamera an Bord. Die kennst du wahrscheinlich schon. Das heißt, wir haben vorne eine Kamera, hinten und an der Seite. Ja. Und wenn wir zum Beispiel den Low-Range-Modus aktivieren würden, also den Geländegang, dann würde sich automatisch die Frontkamera anschalten. Weil meistens fährt man ja im Low-Range einen steilen Berg hoch oder halt einen Berg ab, sodass man wahrscheinlich meistens nicht so viel sieht, wenn man am Steuer sitzt. Aber kommen wir jetzt nochmal zur Differenzialsperre. Ja. Wir sitzen jetzt hier, jetzt wird es schon ein bisschen ruppeliger. Ja, okay. Wann setzt man die jetzt ein? Die Differenzialsperre setzt man zum Beispiel, meinetwegen du bist im Gelände und ein Rad hat Schlupf verloren. Das heißt, meinetwegen hängt in der Luft und kann dementsprechend keine Leistung auf die Straße bringen. Oder keinen Grip auf die Straße bringen. Dann würdest du die Differenzialsperre vorne anschalten und dann würden sich beide Räder gleichzeitig drehen. Ah. Dementsprechend würdest du so aus dem Loch wieder rausfahren. Ah. Also hier ist ja noch kein Gelände eigentlich. Du bist jetzt schon weit oben. Wir können ja mal, ich kann dir was zeigen, wir können ja mal unsere Fahrzeugdart anmachen. Dann siehst du nämlich auch gleich direkt, wie sich das Fahrzeug neigt und wo wir uns gerade so befinden. Also du kannst den Lenkanschlag sehen, du kannst die Neigung sehen und... Ach, das kann man jetzt auch direkt sehen? Dir geht natürlich einiges mehr an Neigung. Aber hier, ne? Das sind mega Löcher, das sieht man jetzt von hier gar nicht. Das sind mega Löcher. Es ist alles gefroren, aber es ist trotzdem noch... Entspannend. Noch nicht so schlimm. Ja. Jetzt natürlich ein bisschen mehr. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go. Joschka, wollen wir den nicht mal von draußen begehen? Meinst du, dass wir von außen auch mal einen kleinen Ausblick kriegen auf das Auto? Ja, ich möchte einmal drum rumlaufen, weil du erklärst immer so toll. Und ich möchte einmal Kofferraum, weißt du, vorne die Lämpchen. Du willst auch mal hinten sitzen. Ich möchte einfach mal alles sehen. So, Dennis. Und jetzt meinst du von außen angucken? Joschka. Auf geht's. Kassala. Kassala. Wir sind hier im Moor ein Fechter. Genau, und es ist kalt. Es ist saukalt, aber es lohnt sich auszusteigen, um das Auto, die G-Klasse, uns vernünftig anzuschauen. Machen wir, oder? Ja, also wir gehen mal nach hinten, damit uns der Kamera mal folgen kann. Also hier sehen wir schon eine ganz neue Front. Multi-Beam ist sogar möglich. Okay. Das heißt, 84 LEDs pro Scheinwerfer und ein Fernlichtassistent, der wahnsinnig ist. Das heißt, der blendet alles aus, was dir entgegenkommt und du kannst trotzdem noch komplett alles sehen. Was haben wir denn hier oben? Genau, die Blinker sind geblieben. Aber ist was Neues, ne? Das ist was Neues, ja. Aufgrund des Fußgängerschutzes, wenn die zu doll belastet werden, das heißt, wenn wirklich jemand erfasst werden würde, dann würden die auch nicht wegbrechen, sodass keiner verletzt werden kann. Sehr gut. Also auch wieder eine gute Neuerung. Sicherheitsaspekt. Sicherheitsaspekt, genau. Hier sehen wir noch unsere Kamera für unsere 360-Grad-Kamera. Ja. Die Farbe ist auch mega, ne? Die Farbe ist geil, ne? Selenidgrau, Midnight-Paket, macht schon was her. So. Wir gehen mal weiter rum. Hier haben wir die AMG-Vielspeicheneräder und natürlich das V8-Emblem, was nicht fehlen darf. Das muss sein, ne? Das muss sein, genau. Sonst ist das nicht stilecht. Das ist nicht stilecht, genau. Komm, wir gehen mal zum Kofferraum. Ja. Reserverad ist geblieben. Das muss sein, ne? Das ist typisch gehen, ne? Das ist typisch gehen, ne? Kofferraum mach ich mal auf. Kofferraum, genau. Wieder seitlich zu öffnen. Auch wieder geht typisch. Ist mit dem Dämpfer, also kann nichts passieren. Er hält auch fest, das heißt, er kann nicht vom Wind zugehen. Ja. Du musst halt die kleine Stufe überwinden. Ja. Das heißt, wenn du wirklich mal der Windbühe kommst, dann wirst du nicht komplett eingeklebt. Und Kofferraum ist groß und der Kameramann hat ein ganzes Kippen drin. Kofferraum ist groß, genau. Man könnte sogar hier sitzen. Man könnte sich sogar reinsetzen, ja. Ja, auch schön hoch, ne? Ja. Also Platz haben wir auch wirklich ohne Ende im G. Ja. Dementsprechend haben wir wirklich das Allround-Talent. Machen wir wieder zu? Ja. Machen wir wieder zu. Und jetzt, pass auf, hör mal zu. Beim G. Man weiß man so vor, ne? Ja, genau. Du könntest aber erwähnten das mitmachen, ne? Wenn das Blick hört, das ist ein G. Ja. Setz dich mal rein. Setz dich mal rein, genau. Guck mal, wie du hinten sitzen kannst. Ich halte die Tür, aber die hält auch. Ja. Was meinst du? Hey, richtig viel Platz. Platz ohne Ende, ne? Ja. Und vorne kann man auch noch so viel sitzen. Ja. Und das ist auch wieder natürlich noch besser geworden vom Platzangebot her. Ja. Viel breiter. Du hast fünf Zentimeter Länge mehr gekriegt. Und dementsprechend natürlich auch mehr Platz im Fond. Ich würde sagen, tolles Auto. Auf jeden Fall mal testen, ne? Ja. Und wenn es euch gefallen hat, ja, das Video, dann einfach mal Daumen nach oben oder abonnieren. Habe ich was vergessen? Bis jetzt noch nicht. Die anderen Videos gucken, die wir auch schon gemacht haben. Ja, die sowieso. Ja, dann würde ich sagen, du bleibst mal ein bisschen draußen stehen. Ich setze mich ins Warme. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.